oh du hast mich überrascht was treibst du an einem ort wie diesem der abgrund von schloss hyrule ist ja ganz in der nähe und ganz gewisslich ungefähr nicht weißt du auch dieser schreien könnte möglicherweise gefährlich sein jedenfalls lauert momentan wegen des katalysmus hinter fast jeder ecke gefahr sei auf der hut was sicher die tiefen löcher gesehen die sich auf der ganzen welt wegen des katalysmus aufgetan haben in diesem gebiet befinden sich welche unter schloss hyrule und südlich des b posten ich habe gehört einigen mitgliedern der forschungsgruppe die so ein abgrund untersucht haben er ging es nicht gut es wäre wohl das beste wenn du ab gründen jeglicher art nicht zu nahe kleben im ernst ich bin froh dass ich bloß diesen schreien untersuchen soll und keinen von den abgründen einer befindet sich doch direkt vor deinen augen ließte etwa keine zeitung mysteriöse schreie über nacht aufgetaucht stand direkt auf der titel seite wir wissen zwar dass wir aus alten zeiten stammt aber ob sie nun vom himmel gefallen oder aus dem boden gewachsen sind auch geht es nicht nur um die schreie sondern auch um die abgründung wir wissen wirklich nicht so gut wie nichts über all das was der katalysmus mit sich gebracht hat stell dir nur mal vor von den schreien und abgründen ginge die leute vom suchdruck durch kosten unermüdlich das umfeld von schloss hyrule da darf ich nicht zurückstehen stehen 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 nächster das schreien läutert ein übel aus vergessenen tagen du der ihn besucht folge unseren anweisungen weiche angriffen mit einem sprung zur seite aus nutze die so entstandene gelegenheit für einen gegen angriff jetzt wieder fassen nach hinten und springen schild heben barriere im richtigen zeitpunkt einen angriff mit dem schild um den gegnern aus dem gleichgewicht zu bringen schild heben barriere jetzt kommt die schildweck du kannst kraft sammeln und ein aufgeladen angriff ausführen tritt möglichst viele gegner damit y gedrückt halten y los du hast alle techniken gemeistert die wir hier mit zugang zum innersten bereich gewährt ich guck mal kurz was habe ich denn hier hier dann schmeiße ich den hier raus sortieren aussehen zurück ich glaube vielleicht weil ich gerade ausgerüstet habe geht es nicht ich guck mal jetzt geht es ok so nah nie um schwert auch so nah nie um gefertigte schwert das ohne bei der synthese mit sona bauteilen oder materialen erhöht sich die angriffskraft etwas mehr als üblich ok weiß ich dann raus dann nehme ich mir das ist sondern nach ihm so 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 so